wieder mal nach der arbeit gerade noch in der badewanne gelegen bin ich ausgekrochen und doch jetzt fangen wir an was machen wir heute einen überraschungstopf mit brattwürsten und filet ja ich war vorher noch kurz beim penny beim shoppen ein bisschen was eingekauft und warum überraschung weil ich weiß noch nicht was noch alles da ist was man alles mit nein aber das sehen wir nach dem zamm suchen hier am brett an der anrichte hier in der küche weil heute machen wir wieder mal ein reines küchentopf video also ich habe mit den nassen haaren jetzt kein bock rauszugehen gehen wir rüber dann habe ich hier auch schon alles zusammen das filet die vier groben bratwürstchen bisschen suppen grün also zwei möhren bisschen lauch und ein stück sellerie hinten noch ein paar kartoffeln dann noch jede menge bacon unbedingt weil ja ich habe noch einen gefrorenen rosenkohl gefunden den schmeißen wir auch mit neil salz pfeffer paprika tomatenmark und wieder meine gemüsebrühe da und würstchen und filet schneiden und mit dem becken zusammen ab in topf und in der zwischenzeit wenn das dann wurzelt schneide ich dann alles an gemüse klein und dann geht auch weiter so leute und da ich hier eine richtig schöne konstante hitze habe werde ich auch gleich anfangen den becken zu brutzeln erstmal ein bisschen öl rein und ja das fleisch und die wurst suche ich ja nachher wieder raus erst einmal und es fängt auch schon an also wenn man mich fragt zur induktionsherd ist die geilste hitze quelle für den dutch oven muss ich leider gestehen maximum hitze und ruck zuck da und dann tun wir den kurz auslassen machen wir das ding hier kurz aus der becken ist soweit gut der gefällt mir ich habe sogar den herr zurückschalten müssen weiß man schon wieder angesetzt ist aber erst mal raus mit dem ganzen zeug und dann können wir nämlich gleich das fleisch rein donnern und hier kommt jetzt gleich ein bisschen besser drüber ein bisschen salz wenn denn noch was drin ist nee da ist nichts mehr drin soll ja noch was schmecken und noch ein bisschen paprikapulver ja und so lassen wir es jetzt ein bisschen anschmorgeln alles schön in die mitte wo die sitze quelle ist dann schalte ich den wieder ein bisschen höher ja und wenn ich wieder raus hole ich euch wieder dazu so freunde gefällt euch das was ihr hier seht mir gefällt es raus damit und gleich mit der verratwurst weitermachen jetzt auch noch schön anbrutzeln dann kommt die auch wieder raus oh man ich darf die lüftung da oben nicht zu lang auslassen weil hier war gerade ein smog erinn leute unglaublich ja irgendwie sehen die würstchen schon fast aus wie kleine hat bällchen was es ja im prinzip jetzt auch sind aber halt mit wurst geschmack und dann geht auch schon weiter mit dem tomatenmark moment wir wollen es auch sauber ausgepresst haben so eine geile tubenpresse habe ich auch unten drunter verlinkt evalock tubenpresse heißt die glaube ich irgendwie sowas also zu empfehlen man kriegt wirklich das ganze zeug raus und jetzt machen wir uns ganz kurz das tomatenmark an bevor wir das gemüse mit rein donnern eigentlich reicht das ja schon rein mit dem zeug alles ziemlich klein geschnitten heute dann schmoren wir das jetzt alles noch mal schön an ich tue noch ein klein bisschen öl hinzu und dann wie gesagt kurz anschmoren bevor wir unsere gemüsebrühe hinzutun zwischendurch kann man auch ein klein bisschen was von der brühe schon angießen wenn man angst hat so wie ich dass es ankokelt nebenbei habe ich immer wieder ein bisschen was zugegeben das muss jetzt reichen dann schütten wir mal gleich mal die restliche brühe rein ob ich noch mehr flüssigkeit braucht sehen wir nachher gleich dann kommt das ganze fleisch gedönse rein fleischwurst und bacon und natürlich der bacon saft so und was ich jetzt mache jetzt brauche ich nämlich gleich den rosenkohl mit rein das schöne an dem gefrorenen ist man muss nicht putzen man muss nicht einschneiden gar nichts einfach nein import und gut ist so beutel leer ein klein bisschen wasser könnte ich vielleicht noch hinzugeben man könnte auch sagen das ist ein rosenkohl filet wurst bacon eintopf naja irgendwie sowas geschmacklich mache ich jetzt noch mal gar nichts mehr vielleicht nachher noch eine sahne an schmand oder irgendwas ähnliches mit hinzu das werden wir aber dann sehen und ja so lassen wir es jetzt die nächste stunde vor sich hin köcheln ja leute jetzt habe ich genügend zeit um hier herrere ja also um hier herrin gemütlich serie oder sonst irgendwas weiter zu gucken der topf brot ist so ganz genüsslich vor sich hin wenn er zu hoch ist kann ich einfach runter schalten Also sehr bequem. Warum macht man was mit dem Topf in der Küche? Na ganz einfach, weil man es kann. Und es schmeckt aus dem Topf einfach anders. Und dem Topf ist es bekanntlichermaßen ja fort egal, ob die Hitze von Kohlen offen im Feuer oder aus dem Backofen rauskommt oder vom Herd. Also, es ist ja im Topf drin das Essen. Der Topf wird warm. Wunderbar. Ich habe es hier drin schön warm. Noch wunderbarer und naja, es wird bestimmt wieder welche geben, wo es sich dran muckieren. Oder weil es wieder zu flüssig ist. Aber soll ich euch was verraten? Es ist mir alles wurscht. Ich mache es so wie immer. So wie ich das möchte. Und naja, wenn es einer nachmachen möchte, der kann es dann für seinen Geschmack und so abwandeln, wie er das möchte. Und wenn einer was nachmacht von mir, wird es mich freuen, wenn dann Fotos in Facebook davon auftauchen und man mich damit auch verlinken würde. Ja, wäre eine geile Sache, würde mich freuen und köcheln, köcheln lassen, brutzeln lassen, schmoren lassen, wie man es auch immer nennen will. Ich gucke jetzt irgendwas an. So, Lüftung erstmal wieder raus machen. Und jetzt mache ich erstmal ein ordentliches Probiererchen für mich. Boah, sieht das gut aus. Und riechen tut das, Leute, richtig, richtig lecker. So, aber ich glaube, den Löffel lasse ich jetzt erstmal abkühlen. Und Bratwurst will ich auch noch. Na, dann wollen wir mal. Grobe, einfache Bratwurst. Filet, fein, zart, lecker. Schauen wir mal, ob der Blumenkohl durch ist. Rosenkohl. Rosenkohl, schon leicht matschig. Genau, das wollte ich. Wenn er nicht ganz matschig gewesen wäre, wäre es auch wurscht gewesen. Aber, macht und weg ist er. Lecker. Ja, dann halte ich jetzt das Essen eigentlich bloß noch warm, bis Schatzi nach Hause kommt. Und dann können wir essen. Und dann hören wir ganz einfach noch hin, was die zu sagen hat dazu. Und ihr kriegt natürlich noch ein schönes Tellerbild. Eieiei, ist das Zeug schwer. Was hast du gepasst, oder? Was leckeres. So, jetzt kommen wir einmal noch. So, einen großen Topf. Ja. Wer kommt noch? Du. Oh, Rosenkohl. Und Bacon. Einmal das. Und schon wieder so viel Bacon? Ja. Darf ich? Und Wurstel, oder was? Ja, richtig. Gibt es da Fleisch auch noch? Richtig Fleisch. Ja, da ist Filet noch mit drin. Oh. Schön soßig. Bitteschön, dein Teller. Dankeschön. Und genau so, wenn es aussieht, habt ihr 100 Punkte. Jawohl. Ich tue jetzt Essen. Und nachher sehen wir uns nochmal zum Fazit. So, Freunde. Dann kommen wir mal zum Gesamtsazit. Also, Sößchen hätten wir definitiv etwas dicker machen können. Und ja, die Zusammenstellung ist sehr lecker. Mit dem Rosenkohl da drin. Also, kommt schon richtig gut. Aber irgendwie hat das gewisse Extra gefehlt. Das kleine i-Tüpfelchen. Das hat mir heute gefehlt. Und ich weiß nicht, was ich vergessen habe. Schatz, was meinst du dazu? Schulter zucken. Das ist aber wenig. Ist heiß? Es ist heiß und ich bin noch am Essen. Ja. Also, wie gesagt, irgendwie das kleine i-Tüpfelchen, das hat heute gefehlt. Zu viel Bacon. Nein. So viel Bacon war das gar nicht. Tja. Vielleicht weiß er oder hat von euch jemand eine Idee, was da gefehlt haben könnte. Ich bin bis jetzt noch immer nicht drauf gekommen. Tja. Was hast du denn da rein angehört? Salzpfefferpaprika. So wie sonst bei den Essen auch bei den Topfgerichten. Naja, vielleicht hätte ich doch ein Extra-Gewürz noch mit reinhauen sollen. Hm? Also, salzig ist gerade genug durch den Becken. Salzig ist gerade genug, okay. Vielleicht noch ein bisschen im Pfeffer, aber sonst... Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Das kleine i-Tüpfelchen fehlt. Fertig. Aber ansonsten, die Zusammenstellung ist sehr lecker. Einfach nachmachen, ausprobieren. Und auch wenn ihr das in der Küche macht. Leute, das ist völlig legitim. Und ja, dann schauen wir mal, was es als nächstes gibt. Ich sage mal, hasta la vista. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und Däumchen nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.